Sind Ihnen buchstäblich die Gleise ausgegangen? Kein Problem! Mit dem Pico-Übergangsgleis mit Bettung schaffen Sie schnell und einfach den Umstieg von einem anderen Gleissystem. Durch die verbreiteten Schienenverbinder und den stabilen Unterbau lassen sich A-Gleis und Fleischmann-Profilgleis mühelos miteinander verbinden. Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass die Schienenanstöße plan aneinander liegen. Selbstverständlich ist auch der Höhenunterschied der verschiedenen Gleissysteme bedacht worden. Unter keinem der beiden Gleise muss ein Unterbau erfolgen. Problemlos gelingt die Überfahrt in den neuen Bauabschnitt. Mit der realistischen Schotternachbildung des Pico-A-Gleises mit Bettung fügt sich das andere Gleissystem von Anfang an optisch ideal ein. Für das Rocco-Geoline-Gleissystem ist bei Pico ebenfalls ein Übergangsgleis erhältlich, das exakt auf dieses Gleissystem abgestimmt ist. Mit seiner unkomplizierten Gleisgeometrie ist das Pico-A-Gleis mit Bettung bestens zur Nachbildung vielfältigster Gleispläne geeignet. Pico-A-Gleis